hi leute und herzlich willkommen zu einem etwas anderen video und ja wie ihr sehen könnt bin ich gerade nicht in jailbreak drin sondern heute geht es um einen pc von dem ich jetzt leider kein bild zeigen kann da der pc also das pc gehäuse aus glas besteht und dann würde man meine spiegelung sehen und da ich mich ja nicht zeigen möchte mache ich das nicht aber ich werde euch jetzt hier die ganzen komponenten zeigen genau vorab noch gesagt der pc war ziemlich teuer das war also ich habe darauf ziemlich lange gespart aber er ist auch ziemlich gut und ich hoffe ich werde damit viel erreichen können und ja da würde ich sagen viel spaß mit einem kurzen video ein ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020